so und damit herzlich willkommen zu einem neuen part holo night man jetzt wie schon erwähnt wieder hoch nach mistmund und schauen mal was hier abgeht irgendwas neues vielleicht das hier was neues vielleicht ich weiß es nicht jeden fall brauchen wir hier erst mal die lampe können wir uns kaufen das krass aber mache ich glaube ich noch nicht jetzt erstmal eine maske drei teile ja und dann gehen wir mal gucken was es hier gibt immer noch das gleiche ja immer noch das gleiche okay aber jetzt wollen wir uns erstmal einen schlüssel wo ging das noch mal oder kann warte mal konnte ich mir nur einen schlüssel dahinten holen kann das sein konnte ich mir hier noch mal holen gab es hier no ach so ich dachte ich kann mir den schlüssel hier noch mal holen aber anscheinend kann ich mich hier oben nur einmal holen das ist sehr unglücklich sehr sehr unglücklich aber okay dann holen wir uns doch die lampe ja wir holen uns die lampe und dann haben wir würde ich sagen unser geo gut verbraten hinten irgendwas neues kann ich nicht stimmt wir können jetzt ja hoch ganz vergessen hier königspass höhere wesen diese worte ach so das hatte ich ja schon war ich hier schon eine karte ja hier war ich noch nicht kann ich noch gar nicht gewesen sein wo wir sind die worte ja gut das ist das gleiche oh oh ulo uro der gefallen verkörpert den zorn und das heldentum derer die kurz vor dem tod stehen die stärke des trägers erhöht sich wenn dieser dem tod nahe ist interessant ah das ist voll spannend hier gerade hier war ich ja noch nicht und das ist so eigentlich eigentlich am anfang aber irgendwie auch nicht seht ihr was ich meine krass was kommt jetzt hier war nichts ach nee hier bin ich runter gefallen oder kann das sein auch ja da bin ich runter gefallen okay oh shit okay Ich krieg dieses Geheimnis. Ne. Achso, ich bin... Ich hab's einfach geschafft. Okay. Oh, hierfür gibt's auch keine Karte. Noch noch nicht. Das heißt... ...rillende Klappe. Was ist das denn hier? Bin ich von hier runtergesprungen? Kann das sein? Okay. Oh, oh. Eintreten. Oha. Oha. Okay, das ist ne Bank. Das ist schon mal gut. Aber irgendwie auch nicht. Weil das heißt ja, dass hier jetzt irgendwas ist. Sein muss. Ja. Oh mein Gott, scheiße. Ah, sei gegrüßt. Ja, ich dachte mir schon, ich fühle die Aura eines grimmigen Kriegers nahen. Ich bin beeindruckt, dass du meine Zuflucht hier unter dem Dach der Welt gewunden hast. Zweifellos hast du auf dieser Suche nach mir viele Prüfungen ertragen und viele Gegner überwunden. Nein, sprich kein Wort. Ich, Nagelmeister Mato, der vom Großmeister der Nagelkunst selbst unterwiesen wurde, nehme dich hiermit als Schüler an. Beginnen wir sofort mit der Lektion. Okay, konzentrieren. Oh. Was passiert hier? Das ist wahrscheinlich gegen die... Wirbelhieb? Halte, um die Energie konzentrieren. Los und während du hoch- und runterhältst, Möbel aufzu. Okay. Helles Summit. Warum? Ausgezeichnet. Nun weiß ich, wie mein Meister sich fühlte, als sein Leer uns weitergab. Ich hoffe, du hältst mich nicht zu dreist, wenn ich sage, dass ich dich als mein Kind betrachte. Ja, als ich sah, wie du meine Nagelkunst ausführtest, spürte ich, wie zwischen uns plötzlich ein Moment, nee, ein familiäres Land entstand. Du ehrst mich über allemaßen, ehrst mich über allemaßen, mein Schüler. Danke dir. Warme. Vielen Dank. Ist das Fokus? Nee. Ist ja voll krass. Voll krass. Warme. Vielen Dank. Das war's? Ich krieg hier jetzt ein... Alter, wie cool. Das ist halt wirklich, wirklich cool. Sehr gut, hier, Mato. Ehrenmann. Junge. Krass. Oh. Ich kann hier mal gleich testen. Okay. Hoppala. Bin ich. Voll geil. Alter, voll, voll geil. Wirklich. Das ist echt cool. Zack, 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 zack. Hopp, hopp, hopp. Gucken, wo wir hier jetzt hinkommen. Echt mal gerne eine Karte. Okay. Oh, hab ich da mal eine Lampe geh... Guck mal, da hat die eine Lampe. Cool. Oh, das ist nice. Das hier ist ja alles ein Secret, ne? Boah. Echt krass. Nicht schlecht. Boah. Das feier ich grad früh. Kann ich auch... So, während es... Boah. Alter, das ist echt cool. So ein AOE-Damage. Geht's hin? Nein. Phoenix-Idol. Was ist jetzt was? Eine weiße Statue, die den König von Heilandnest darstellt. Der zurückgezogene König wurde mit Hilfe dieser Statue verehrt. Ein Relikt aus der Vergangenheit, Heilandnest, dieser Gegenstand benutzt nur für diejenigen wird... Okay. Okay. Sehr interessant. Der ist ja interessant. Der ist ja interessant. Okay. Gut. Ich hätte echt gerne eine Karte von diesem Gebiet. Keine Ahnung, was ich hier suche, ob ich was suche und wenn ja, wo ich es finde. So. Danke. Okay. Wurde ich gerade einfach nur durchzukommen. Ohne runterzufallen. Okay. Nein, 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 nein. Komm, nein, komm, komm, komm noch. Oh, scheiße. Nicht so weit nach unten gerutscht, ey. Okay. Einmal geben wir jetzt noch hoch. Okay. 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 Oh. Okay. Pfff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Okay, wir sind wieder unten. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dem Part Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, dann kommentiert, abonniert und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.